Ja, soweit waren wir also das letzte Mal. Ja, das nächste, was ich jetzt bauen werde, ist hier die Treppe. Das soll eine recht große Treppe werden. Dazu brauche ich Holz. Ein bisschen was habe ich hier noch. Hier auch noch. Wird aber, glaube ich, nicht reichen. So, wie mache ich das jetzt? Ich fange am besten einfach mal an. So. Jetzt erst mal viele, viele Treppen machen. Waren es ein paar zu viel. Egal. So. So. Nee. Das ist mir zu verschwinderisch. Das Holz brauche ich noch. Schaut jetzt ein bisschen komisch aus, aber egal. So. Wir wollen aber ja auch kein Dreck hier im Haus haben. Okay, wir brauchen noch mehr Treppen auf jeden Fall. Jetzt erkennt man aber wenigstens mal, was ich hier bauen will. Also hier so ein Treppenaufgang auch bei jeder Seite. Ja. Dann werde ich auch noch irgendwann echt mal eine Mine suchen müssen. Ich brauche mir noch Fackeln. Ich brauche noch so viel eigentlich. Das gibt es echt nicht. Ich weiß noch nicht. Also hier unter die Treppe könnte man hier eigentlich an der Seite, wo dann die Treppe nach oben hier geht, könnte man hier unten einen kleinen Raum rein machen. Zum Beispiel mit Truhen oder sowas. Kann doch nicht gleich jeder drauf. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Gut, jetzt habe ich allerdings ein kleines Problem. Glaub ich. Ja. Dann würde ich jetzt hier eine Treppe hin machen, würde man einfach nur auf die Wand laufen. Dann muss ich jetzt ein bisschen künstlerisch werden. Okay, wenn ich da oben ein Muster rein machen will, muss ich das eben noch nachholen. Jetzt ist erstmal wichtig, dass das hier klappt überhaupt. Ja, weil das Haus ist eigentlich recht schmal, wenn man sich das mal so anschaut. Deswegen ist das eben so. Ja, und dann kann man hier einfach hoch und ist dann im nächsten Stockwerk. Ja, jetzt brauche ich normales Holz. Bleibt mir keine andere Wahl außer hellen zu gehen. Aber hier draußen ist ja schon ein bisschen was gewachsen. Praktisch. Gut, der hier ist leer. Gehen wir hier weiter. Gut. Ah, Baum. Der ist ja klar. Wie viel Holz habe ich? 16. Wird es reichen? Ich glaube nicht. Versuch es wert, aber ich glaube es nicht. Äh, das brauche ich mich auch noch. Ich glaube es nicht. Und doch, wobei, das kommt richtig gut hin. Hm, da, genau. Und hier kommen wir dann noch schön Fackeln drauf. Ja, jetzt. Vorhin waren, im letzten Netzplay waren hier Schafe. Jetzt brauche ich Schafe. Und jetzt sind keine da. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ja, wo wir schon mal hier sind. Nehmen wir das doch gleich mal mit. Sonne geht unter. Schön. Und ich habe kein Schaf. Naja. Geh unter. Oh, geht schon. Praktisch. Gut. Schafe. Hallo, Schafe. Hm. Vielleicht wäre ich jetzt ja ganz glücklich und finde hier auf dem Weg noch eine Naturhöhle. Das wäre jetzt natürlich super. Aber das Glück erlaubt mir nicht mal ein Schaf. Was ist denn da los? Wo? Ähm. Ein kleiner Wasserfall und dahinter ein Schaf. Was man nicht alles für so eine Wolle tut. Oh, sogar zwei Schaf. Zwei Schaf. Ah, was hängt jetzt Minecraft zu? Hm, das gibt's nicht. Das ist gerade unerträglich. Wie es hängt. Wird schon wieder. Ja, das ist glaube ich. Nebenbei. Macht's gerade ein anderes Let's Play noch fertig. Und. Ah, anderes lade ich gerade hoch. Das kann schon sein, dass da. Mein Laptop manchmal spinnt. Aber auch so. Ist ja nicht der schnellste. Ich merke gerade so, dass meine Füße einschlafen. Das hier nirgends eine Höhle ist. Ich muss, glaube ich mal, dann in Zukunft in diese Richtung hier mal laufen. Da kann ich... Also irgendwann, das kündige ich mal an, werde ich dieses hässliche Teil hier wegsprengen. Ich weiß nicht, glaube ich, ich habe es in jedem Let's Play bis jetzt gesagt, dass es so erbärmlich hässlich ist. Und dann werde ich das wegsprengen. Und ja. Boah, schaut sich das eine an. Das ist ein Baum. Der stört. Er hat den hier angepflanzt. Er hat den hier angepflanzt.